Bereit? Ja. Stefan hat auch zwei Hosen an, der geht ja noch. Ja, macht aber jetzt ein Hecht. Let's go! Fünf, vier, drei, zwei, eins! Oh, fuck! Oh, fuck! Aha! Geh mal jemand runter. Stefan, geht's? Ja, das hat ordentlich gekracht. Ne, von hinten da. Geht's, Stefan? Ja. Genau so gezogen wie bei mir an den Beinen. Ja, nur rücken ist ein bisschen spannender, bisschen mehr. Hat den jetzt rissen? Ne, hat man schon. Der ist ja wieder da vorne.